Reicht Ihnen das an Informationen? Tja, wenn ich ehrlich bin, Frau Petersen, also wegen der Flugzeuge. Die Maschinen sind sehr komfortabel. Sie werden bequem sitzen, das Essen und der Service an Bord sind sehr gut und es gibt auch ein Bordkino. Ja, das weiß ich ja, aber wie sieht es denn so mit den technischen Daten aus? Eine Boeing 737 mit 184 Sitzplätzen. Die Maschine erreicht eine Flughöhe von 12.500 Metern und eine ungefähre Geschwindigkeit von 850 Stundenkilometern. Ja, wie ist denn dann da mit der Sicherheit? Ja, so sicher wie Flugzeuge nur sein können. Ständige Wartungsarbeiten, TÜV-Prüfungen. Wie oft muss ich Ihnen das denn noch sagen? Es ist ja gut, ist okay, alles klar. Also ich, ich nehme dann den Flug, ja? Wunderbar. Von wo pflege ich nochmal? Köln-Bahn. Ah ja, danke. Hier, Schatz. Vielen Dank. Vielen Dank.